Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Guckt ihr gerne unsere Naruto Videos? Guckt ihr auch gerne unsere Reviews über One Piece jeden Sonntag? Vielleicht guckt ihr auch gerne Gaming Videos oder allgemein Livestreams oder so? Wenn ja, dann wollt ihr doch auch mal bestimmt wissen, wie das alles bei uns hinter den Kulissen aussieht. Ihr könnt jetzt gerne auf twitch.com slash senseless tv youtube also yt gehen und alles hinter den Kulissen sehen. Also wie wir unsere Videos schneiden, wie wir sie zusammenstellen, was wir allgemein so für Videoideen haben. Ihr könnt sie mit uns besprechen, uns auch vielleicht Videos vorschlagen. Allgemein auch wie wir sie schneiden. Wenn ihr was über Premiere Pro wissen wollt, könnt ihr auch uns gerne zugucken, uns ansprechen, Fragen stellen dazu. Wir beantworten sie euch gerne. Alles auf twitch.com slash senseless tv youtube. Vielleicht wollt ihr natürlich auch einfach nur unterhalten werden und einfach mal zusehen, wie wir einfach komplett ausrasten beim Zocken. Weil manchmal kann dieses neue COD einfach jemanden wirklich sehr, sehr doll aufregen. Kann man nur so schimmeln, Mann! Also wenn ihr auch mit uns live zusammen über Animes reden wollt und wir unterhalten uns einfach ganz nett im Chat, dann kommt wie gesagt gerne auf twitch und unterstützt uns gerne bei unserem neuen Programm, was wir austesten möchten. Also ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal und ich hoffe, wir sehen uns natürlich auch bei Twitch. Also macht's gut, bis dahin und ciao! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020